hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge the last of us und wir müssen ellie zu den feier fleiß bringen ja schauen ob das hinkriegen irgendwie ja natürlich was hast du denn gedacht was ist denn gibt sie irgendwo irgendwas vielleicht ist eine tür schade 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 ich freue mich schon auf teil 2 so sehr auf teil 2 das könnt ihr euch gar nicht vorstellen ich habe letztens was gelesen das ist ich glaube für den 26 dezember dass da was geliebt wurde was war das jetzt aber wirst du das ja lang aber als wäre es weit weg sind wir sicher vorerst na los schön vorerst es ist makes me happy da drüben ist das rathaus wirklich hier irgendwas okay tja dann müssen wir jetzt mit drei kugeln klarkommen und was wollt ihr jetzt machen wollt ihr springen oder was hier drüben drüben mhm der old stone building really hier irgendwas hast du da was gefunden nein such weiter na schön oh achso ne das in ihrer nähe toll ach müssen wir jetzt daher wo ist denn die kleine hier kommt man da hoch oh tatsächlich geil ja hey Tess naja natürlich natürlich ähm da ist ja auch schon nichts mehr drin ja toll was war das er wurde zerfetzt ach fuck ey die leiche ist noch frisch ja vielleicht trödeln wir nicht rum irgendwie munizio guck mal da liegt da liegt doch ein hä da liegt doch ein magazin was denn pssst okay da ist sie hm oh super oh ich hasse diese viecher baaah was ist mit dem Gesicht so sieht jahrelang Infektion aus das heißt sie sind so gut wie sie nutzen Geräusche wie Fledermäuse bin ich da durch wenn du ein klicken hörst versteckt ich will da durch ja ja komm schön Mist oh kacke ich würde gleich alles einstürzen ich brauche keine Medizin Kopf runter ach ist das so intelligenz bestie so was haben wir denn hier schön nass boah haus hör auf damit hör auf damit so haben wir hier noch irgendwas das oh tatsächlich klebeband und schere schön kann ich noch mehr messer basteln ich brauche keine messer ich brauche Waffen Schusswaffen ist das hilf mir hier mal na schön schön das wird natürlich niemand gehört haben nicht passiert suchen wir Vorräte ach kacke nur noch ein Medikit scheiße oh das war heftig natürlich machen wir dass wir hier wegkommen ja chill mal ich will hier jetzt wenigstens noch irgendwas finden das zum Beispiel natürlich natürlich ist es da oben scheiße nee da will ich jetzt nicht ich will mich erst umgucken was ist das denn outstanding achievement award ach ja Taschenlappe schütteln da war doch was stimmt äh komm schon haben wir hier irgendwas bitte okay oh Geheimslager ernsthaft scheiße geil oh Munition Klebeband das sah mehr aus wie egal egal ich will mich nicht beschweren ich will mich auf gar keinen Fall beschweren wie komme ich noch mal ins in ach da maximal gesundheit ich verstehe okay das wusste ich überhaupt nicht mehr okay dann sind das also sowas wie Fertigkeiten Fähigkeiten oder Fertigkeitenpunkte was haben wir da ein Flascher schön top sehr schön gut dann mal hier Cola Cola Automaten was da war was ach ein Ziegelstein okay mhm mhm da haben wir noch was was das Stoff oder sowas mal gut wo war das Hilfe Hä war das nicht ach da mal sehen mal sehen ob es da weiter geht ja hoffentlich ich hoffe oh man ey hallo ma'am bitte komm schon Ellie da hat sie natürlich kommt das ist intensiv nachgeguckt jetzt ich hallo bitte komm Große Ja, so schwer bin ich jetzt auch nicht. Glaube ich. Ach, Fick doch. Mhm. Ach, da bin ich doch im Arsch. War das da hinten eine Ratte oder ist da noch einer? Wo müssen wir denn hin? Äh. Warum? Ach so. Ach Gott. Oh Mann, ey. Was ist das? Midi-Kit. Ja. Ich glaube, das war's. Eddie, alles klar? Bis... Ah, du kannst deine eigene Mühle jetzt herstellen, blablabla. Weil vorne hat Alkohol und... Ich glaube, Stoff ist das, ne? Ja. Dann los. Ja, komm, wollen wir einfach mal alles hier herstellen, was geht. Geht's? Moment. Ähm. Oh Gott, ja, natürlich, ich mach noch lauter. Äh. Bitte, die Damen. Okay. Komm. Scheiße. Die Treppe ist dicht. Das ist verrückt. Gehst du bitte? Na ja, so hoch sind wir jetzt auch noch nicht. Ja, geht doch noch. Nein. Oh Gott, ernsthaft. Scheiße. Komm, geh weiter, geh weiter. Gott. Nicht rüber schauen. Los, nicht rüber schauen. Alles okay. Wir müssen da durch. Oh, je. Oh Mann. Okay. Pssst. Oh, ne. Oh, Munition. Falsche Munition. Ähm. Ah, okay. Lass mal die hier. Runner? Was ist denn ein Runner? Jetzt mal wieder. Bleib bei dem Mädchen. Da unten. Zwei, drei, vier. Okay. Pssst. Okay, das läuft nicht so, wie es laden sollte. Oh, 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 oh. Naja komm, kriegen wir schon irgendwie hin. Oh Gott, das war jetzt echt nicht mal ne beste Idee. Hoff damit, hoff damit! Oh fuck. Mhm, 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 mhm. Scheiße. Kommt man hier vielleicht wieder irgendwie nach oben? Eventuell. Irgendwo. Hallo? Puh. Eins, zwei. Doch immer noch drei, Scheiße ey. Ah. Wo ist das? Ja. Das ist nicht so. Ja. 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 Okay. Ihr könnt kommen. Ach shit ey. Das sollte echt nicht so... ...passieren wie es passiert ist. Scheiße ey. Pff. Da schwinden wir von hier. Na, ich würd gerne nochmal hier... ...einmal rumgucken wegen Muni. Wenn das okay ist. Muni. Och. Tja, ich hasse Zombies. Ich hasse sie einfach. Außer das. Achso, das war das Symbol von dem Stein da hinten. Muni. Äh. Okay. So. So, was haben wir hier noch? Eine Latte und ein Stein. Hihihi. Eine Latte, ja. Okay. Flasche voll. Hier noch irgendwas? Gar nichts. Flasche. So. Gut. Ähm, wo... Wo wolltet ihr hin? Ach was. Ja, schön. Hier hätte man einfach runter... Oh, Mui. Sehr schön. Ach komm schon. Äh. Äh. Kann ich hier irgendwie... Äh. 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 Warum kann ich... das Ding nicht los... Ernsthaft? Wer das jetzt wird... Hä? Siehst du? Alles klar. Ja, alles klar im Arsch. Mädchen, ey. Ist aber da. Klebeband. Sehr schön. So. Wow. Okay, jetzt ein paar Sachen gehen mir hier doch auf den Sack, aber... Es hält sich alles in Grenzen. Wow. Warte hin. Dann mal los. Gehen wir's an. Ja, am besten nicht wieder runterspringen, sondern... Na? Hier können wir durch. Vorsichtig. Irgendwo was? Nein. Sehr schön. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Bibidibibibibib. Aber... Da ich glaube, dass wir gleich wieder in einen... Kampf rein stolpern, würde ich die Folge hier beenden. Bedanke mich fürs Zuschauen und... würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.